Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Rukorti. Heute mit dem Kai. Moin. Und ja, wir haben uns gedacht, wir spielen mal ne Runde League of Legends. Ewig nicht mehr gespielt. Ja, bei mir ist es nicht ganz so lange her. Aber ja, wir werden das schon schaffen. Was ich kaufen soll. Du kaufst dir, warte, das Item. So geht's. Das Reliktschild. Das Reliktschild? Ja. Okay. Und halt Tränke und das Wort Item. Aber ich glaube... Das Wort Item, wo finde ich das denn? Dieses Gelbe, das wird dir auf der ersten Seite gleich angezeigt. Ach so, das Freie. Ja, genau. Okay. Warum kann ich jetzt nur noch einen von Orns Meisterwerken kaufen? Äh, das konntest du schon immer nur. Ich muss aber jetzt einmal ganz kurz was von meinem Video einstellen. Nur, ich konnte früher kaufen, was ich wollte. Ach so, ja, ja, nee. Das von den Orns Meisterwerken ist, weil wir Orn im Team haben. Ach so. Du kannst einmal ein Item aufwerten. Ach so. Nice. Was musst du machen beim Video? Ähm, ich habe irgendwie nicht so eine gute FPS gerade. Wie viel hast du denn? Äh, 41. Die ist echt ungeil. Ach, 41. Egal. Fürs erste Video ist es okay. Ja, aber ich nehme ja mit 60 FPS auf. Ach so. Das ist ja das Problem. Und ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich müsste mein Computer das schaffen. Weil normalerweise, wenn ich auch sehr hoch spiele, geht meine FPS durch die Decke. Also, ich dachte schon, Alter. Lassen wir mal kurz ihn beschützen. Hier ist noch einer. Nee, der ist, der ist mit. Ach so. Sit. Äh, ich nehme erstmal weiter auf und wir gucken dann nachher wie das ist, ne? Genau. Oh, das klärchen. Aber 40 ist jetzt absolut kein Problem. Ja, ich weiß noch nicht, wie sich das verhält halt, weil ich ja mit, äh, weil ich ja 60 eingestellt habe zum Aufnehmen. Naja, sehen wir gleich. So, äh, wir müssen jetzt hier die Watt dann pushen. Ich bin zum ersten Mal Nautilus. Mhm. Du bist schon ein bisschen erfahrener, ne? Jaja, ähm. Ähm. Die Sache ist halt nur, Kai hatte auch jetzt nicht irgendwie einen anderen Supporter, dem ich immer so auf die Schnelle erklären konnte. Ja, das stimmt. Und ich kassier hier ganz schön. Es ist so, das ist so ungewohnt mit so einer niedrigen FPS zu spielen. Ach so, ähm. Durch das Reliktchild kannst du Minions Last hitten. Für mich. Immer wenn du so ne, immer wenn du so ne blaue Bubble um dich rum hast. Ach so, jetzt habe ich zwei oder was? Genau, jetzt kannst du zwei Minions Last hitten. Ja, nice. Aber erstmal muss ich hier. Zack. Das gibt mir und dir auch ein bisschen Leben wieder. Das ist natürlich geil. Ja. Ja. Das sind halt die neuen Support Items. Dafür gibt es jetzt auch keinen Sidestone mehr. Also das Ding, was hier früher die Wards gegeben hat. Mhm. Das haben sie ja rausgenommen. Ich kann mit der Axt mich auch woanders ranziehen, ne? Ja genau, hast du ja gerade gemacht. Aber das geht halt, also das geht halt nur nicht, äh, also nur an Wänden und Türmen und so ein Spaß. Also du kannst dich jetzt nicht, äh, sagen ich will jetzt zum Beispiel nach da, wirfst da den Hooked und dann ziehst du dich da hin. Das funktioniert halt nicht. Okay. Du musst ihn halt immer irgendwo an die Wand werfen oder so. Und über Wände geht's auch nicht, oder? Ne, genau. Weil du dich ja, weil der ja an der Wand hängen bleibt. Ja, genau. Gut. Alter. Ah, nein! Ja, er geht wieder rein. Das war ein bisschen blöd. Ach, wird schon. Ah, es war gar nicht so schlecht. Und ich hasse es gegen Slash zu spielen. Ja, der ist halt echt mies. Wenn ich Supporter spiele, dann nehme ich den halt auch immer. Oder halt Blitzcrank. Ja, Blitzcrank ist geil. Mit dem macht es eigentlich richtig Spaß zu spielen. Ja. Ja. Ja, aber es ist auch echt so eine, so eine Botlane-Combo, gegen die willst du eigentlich nicht spielen. Ja, das sind so die beiden, die ich nicht mag. Ja, das sind so die beiden, die ich nicht mag. Mhm. Ja, ich habe leider keinen Mana mehr, sonst könnte ich den jetzt gleich machen. Ja, wir müssen nur gucken, die haben halt einen Zett, ne. Der könnte halt gleich gut roamen und so runterkommen. Ja, ich habe auch noch kein Ward. Oder so. Okay, er kommt. Ach, der hat mich gar nicht angegriffen. Oh mein Gott. Ja, ich muss back. Ey, zum Glück habe ich gerade gewordert. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Jo, das war halt eine kritische Sache. Lass ich dich mal pushen, ne? Ja. Ja, zumindest bis an Tower. Das ist, äh, ja. Ähm, die Sache ist, weil du ja gerade gesagt hast, hier Orns Meisterschmiede und so einen Spaß, kannst du nur noch eins kaufen. Äh, dass es halt erst seitdem Orns im Spiel ist. Wenn der Level 13 erreicht, können wir halt ein Item, was wir haben, auch verbessern. Ja. Dann bringt zum Beispiel die KDU nicht mehr 70 Angriffsschaden, sondern 100. Aber ich kann mir KDU und Trinity Force trotzdem beides kaufen. Ja, klar. Aber du kannst halt nur eins davon bei Orns verbessern. Ach so. Du kannst die beiden. Äh, der, der Bonzo im Jungle ist der hier. Der ist bei uns. Ach so, der dickere. Genau. Ja, EU, ich habe locker wieder 10, 20 Champions wie ausgesetzt. Ja. Es gibt ein paar neue Upfuck Champions, das ist schon echt schlimm. Ah, bei der Strash hat nicht so gute Hooks drauf. Ja, das ist an sich generell. Trash kannst halt, die Hooks kannst halt easy dodgen. Aber genauso wie der Blitzcrank halt, aber das musst du halt können. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich hier, äh, der, der Dodge Meister bin. Ich laufe wahrscheinlich eher noch in die Hooks rein. Ja, Level 6 ist der eine schon. Ja. Ja. Ja, der hat seine komische Ulti, dass er uns festhalten kann. Das ist echt mies. Ach ja, der macht, der macht so'n, so'n. Genau, seine komische Tartikel. Ja. Okay. Vorsicht, der holt uns gleich bestimmt. Und meine Ulti ist, äh, einfach so'n großes Feld, wo Schaden, was Schaden macht. Nee, nee, ähm, du kannst halt einen auswählen und, äh, geht halt dann so'ne Bombe, sag ich mal, durch'n Boden hin, die auf'n Weg dahin Schaden verursacht und die Gegner ein bisschen hochwirft und, ich meine, zumindest, die werden hochgeworfen. Ähm, und den, den du halt anvisiert hast, der wird halt auch hochgeworfen. Im Endeffekt. Achso. Du kriegst halt mehr Schaden. Also Varus-Fokus. Genau. Wenn du die hast, auch Varus. Ja, ja, ich bin gleich Level 6. Du hast eine große Rakete, ne? Oder eine Bombe? Ne, ich hab, äh, genau, eine Ulti. Äh, meine, meine Rakete. Die ist aber so im Fight echt nicht cool, weil die halt über, je länger die fliegt halt mehr Damage macht. Hm. Wenn die durchkommt, ziehst du ran. Ja, die kommen aber nicht. Mal erst mal einen Watt blenden. Das hat mich doch nie im Leben getroffen. Oh, fuck. Siehste, sag ich doch. Ich lauf halt eher noch rein. Wenn der, wenn der Varus gewollt hätte, hätte er uns da ulten können. Ah, Mist. Pass lieber auf, sagst du dich nicht holen. Ich hab keinen Exhaust mehr. Bist du tot? Ja. Ja. Ah, fuck. Man, das hat... Ah, schade. Richtig schade, Alter. Ja, der hat aus meiner Ulti raus geflasht. Ja, er holt mich jetzt locker. Ja, fuck man. Ich war zu langsam. Ja, verdammt. Hm. Schade. Bullshit. Schade. Aber es war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Also... Ja, wir hätten uns schlechter ansteigen können, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zwar zwei... zwei Kills bekommen, aber ja, mein Gott. Ja, wenn du mal anguckst, unser Team ist jetzt auch grad nicht so gut. Es steht hier schon 9-1, Alter. Der Top steht 1, äh, 1-3, Jungle und Mitte 0-2. Da sind wir noch die Besten. Ja. Ich glaube, das wird kein so langes Video. Ja, 9-1 ist schon ein bisschen kritisch. Also nicht, dass man das nicht drehen könnte. Natürlich kann man das noch drehen, aber... Ja, aber nicht, wie die sich anstellen. Ich wollte grad sagen, guck mal in den Chat. Dann siehst du ja schon mal, was da los ist. Ja... Sie zählen halt richtig hart. Ja. Die zählen halt richtig hart. Ja... was macht mein schild das gibt dir ein schild und macht deine auto ist glaube ich ein bisschen stärker ja es ist halt so ein bisschen das problem so die toxic community auf ihn auf ihn na gut ich hab's nicht gesehen na ja alles gut hauptsache wir haben den kill geholt man macht man schreibt nicht mehr als es war du kannst jetzt mit wenn du drückst und deine maus halt ziehst kannst du halt sagen zum beispiel so ein ja das ist ein bisschen futuristischer geworden die haben den ersten drachen geholt ich gehe mal hin ich bin auch unterwegs wo den kürze soll kriegen ja ich habe kein fack aber der tivo kommt ihm und mussten holen zum glück alter der muss super das war gut ich habe jungen fack ich hatte keine dinge in mein team und zwei kills das ist gut und ich habe schön zwei assist naja hier und den da auch noch wollen wir den holen ne 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 der macht niemand so viel damit als ob das der hook getroffen hat alter am arsch ja 13 4 aber es geht es macht schon spaß ich dachte ich stelle mich schlechter an ja ne machst du ganz gut eigentlich so an sich läuft das bei uns auch gar nicht so kacke du hast zwar die kids mit der jahre waren und tot was der ist glaube ich gerade ein bisschen afk gewesen ich habe mich nicht bekommen ich gehe mal als nächstes sunfire cap kaufen ja das ist eine gute sache dann gehe ich weg wenn ich level 10 ungefähr bin oder wenn es hilfreich ist also da hat er seine du hast dass du exhaust nur nicht alter wie mich aber nicht kog da hat der huern so was das ja ich habe keine mann auf ich brauche 60 mana. Alter ist das unlucky. Irgendwie bringt das gar nix. Nö der haut dich weg. Man fuck alter. Sorry das war blöd. Ja aber der Ornn ist halt auch noch nicht gegen gekommen. Ich meine der Echo war jetzt auch noch nicht wirklich oft auf der Botlane beziehungsweise einmal halt aber ja die brauchen ja auch nicht Hilfe so wie wir. Wenn wir uns einmal ganken könnten hätten wir sofort Doppelkill. Ja und der Ding ist jetzt tot der Gangplank. Oder? Nö. Scheine dass wir da weg kommen. Ach die haben einen GP dabei. Alter. Das ist halt im Moment echt nicht so cool. Also wir können halt auch echt nix machen. Bei uns ist halt noch voll ausgeglichen aber. Ja komm Darius noch gefeedet. Ja kein bock. 5-2 Darius, 5-2 Echo und 5-2 Jax. Ganz illig. Jax? Heißt der nicht Jax? Ne Zed. Zed. Ja. Jax ist halt der mit dem Hammer ne? Ja genau. Oh man. Soviel zum Thema reinlaufen. Alter. Na ich bin tot. Nein doch nicht. Boah was? Aber ich kann da nix mehr machen. Ich muss. Oh man. Ja hier. Warum hast du da n Wort platziert? Ich hab da kein Wort platziert. Das warst du. Nur ich hab nicht mal n Wort. Dann hat da irgendwer anders n Wort platziert. Aber ich weiß nicht. Ja komm ich hab keinen Bock mehr. Ganz illig. Alter was ist das? 7. Äh 22 7 Alter. Können einfach so eigentlich das Rocket League äh Thumbnail wieder auspacken ne? Hm. Aber diesmal gegen den Strich. Ja. Alter was n Scheiße. Oh man. Dabei hat es doch so relativ okay angefangen. So pass auf. Jetzt kommt da oben die Ulti hin. Ich erfolge die jetzt. Oh jetzt war getroffen. Nice. Ja easy. Gutes Auge. Mein Junge. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Spiele sind ja auch ein bisschen öfters ne? Ja stimmt. Aber Kills machen tun die trotzdem nicht. Jetzt wollen die schon wieder anfangen sich gegenseit zu reporten. Hier. Hier. Bei mir. Woher kommt der ganze Damage bei dem Scheiß Dude? Alter. Hast du ein Assists bekommen? Ja natürlich. Natürlich. Ja du sollst dann nicht wieder her. Ja. Lauf, lauf. Oh, da kommt ein Darius. Oh, die kommen hierher. Jo, geil, als ob. Ja, easy. Warte, hier ist noch einer. Hinter dir ist noch einer. Ja, ich bin weg. Haben die den Tower schon gepusht? Ja. Ja, haben die. Die waren aber auch beide low. Also den Darius habe ich mit einer Ulti geholt und den Echo habe ich so weggeprügelt. Aber... Ist trotzdem nice. Wie viel hast du jetzt? Zwei Kills. Hör so gut. Könnten mehr sein. Ja, aber guck mal. Dadurch, dass ich... Ich habe zwei Tode mehr als der... der Varus und habe einfach nur sechs Farben weniger. Und die hole ich mir jetzt auch wieder. Warum eigentlich die Timo da rein? Ja, weil Timos Spieler dumm sind. Echt, das ist echt hohe. Wo bist du? Ja, weil ich glaube bei dir. Oh. Wir sind auch die letzten einzigen beiden, die überleben, ne? Also das ist halt echt... Da sieht man mal wieder... Guck mal, du hast... Du hast einfach übelst lange nicht gespielt und bist trotzdem besser als die meisten anderen aus unserem Team. Ja, ich habe drei Tode, du hast vier, dein nächster wieder sieben, Alter. Geht schon los. Als ob wir grad den Teamfight gewinnen. Ja, weil die einfach nur Kacke sind. Ja, läuft doch, Alter. Als ob. Junge, ich habe kaum Schaden bekommen. Ach, das sind Worte. Wir sollten jetzt eigentlich... Wir sollten jetzt eigentlich den Babbeln machen. Weil so eine gute Chance kriegen wir nie wieder. Aber das Team ist wie Tardet. Warum ist das Team... Warum ist das Team so wie Tardet? Alter. Ja, wir können das mal pushen. Ja, aber der Babbeln wäre halt viel... Ja, klar. Wichtiger gewesen. Aber meinst du, die würden den nutzen? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre trotzdem wichtiger. Weil so können die den jetzt holen. Jetzt haben wir zwar zwei Tower, toll. Aber was bringen uns die? Im Endeffekt... Das sind 300 Gold. Da wäre so ein Baron... Da ist eher besser gewesen. Weil dann hätten wir generell nen Advantage gehabt. Dann hätten wir besser pushen können. Dann hätten wir besser verteidigen können. Meinst du, die hätten den genutzt? Ja, wenn die nicht alle einzeln reinrennen, klar. Hm, das ist das Ding. Ich meine, den Teamfight haben wir ja gerade auch gut gemacht. Ja, der war echt nicht schlecht. Also da ist ja keiner gestorben von uns, glaube ich. Ich hab keiner. Ich weiß es nicht mehr. Die Sache ist halt einfach, dass die äh... Dass die Gegner nicht richtig gefokust haben. Die hätten mich halt rausfokusten müssen. Was haben sie denn nicht getan? Was haben sie denn nicht getan? Ah, bin mal gespannt. So. Oh shit. Ja, jetzt bin ich tot. Dann geh ich ein bisschen auf Leben, ne? Ja. Leben ist immer gut auf Tanks. Und Supportern. Die Ulti war echt gut. Danke. Mist, hab ich gegen die Wand gegrabt. Ja, passiert. Jetzt hat der Orno noch einen scheiß High-Ping, Alter. Ich krieg Aids. Warum eigentlich immer wir? Warum haben wir immer so Kack-Teams? Der andere hat einen 200er-Ping. 300er fast. Nee, es ist doch... Rotze. Jo, geil. Geil, Alter. Oh, sorry. Das war ich. Das wollte ich gar nicht. Ja, super. Echt super. Warum denn den Bot-Lamb-Tower? Ja, weil Tower an sich immer gut sind. Aber dann können wir auch die Mitte pushen. Ja, das macht in dem Fall mehr Sinn. Mit Glück nach den Inhibi... Ja, den Inhibi-Tower schaffen wir nicht mehr. Oh, das war super. Oh, gut. Dafür bin ich auch tot. Ich bin leuchten tot. Wir haben hier einen Proton. Ja, GP... Was macht der jetzt? Der, der, der denkt sich... ... er muss die Bot-Lane holen. Nein, den könnt ihr sogar schaffen. Aber die Toplane wird von dem Darius weggeholt. Na gut, er pusht sogar noch weiter. Zehn Sekunden. Aber er ist weiter als der Darius. Ja. Kann was werden. Das kann sogar echt noch komplett was werden. Ja, das könnte echt klappen. Ja, der hat er noch geholt, aber na gut. Jetzt habe ich noch einen Statics. Das heißt, ich mache noch mal ein bisschen mehr Damage. Wie stehst du denn? 661, halt. 6610. Ja, ja. Ja, und dafür immer 10, 11 und 9 Tode. Alter. Ja, komm mal weg, 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 weg. Wir sind nur zu zweit, zu dritt mit dem Ohrn. Ich weiß aber nicht, wie gut der spielt, deswegen. Jetzt kommt der Echo zum Timo. Holt sich den wahrscheinlich. Jetzt bin ich. Aber wenn du nicht, ist es da. oh shit ah fuck falsch geflasht jetzt sollten wir den babbeln machen na dann komm was gehts aber zu zweit schaffen wir den nicht raum kommt ne wie heißt der? ohren ohren der kommt mit soll ich schon angreifen? ja go 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 ich meine ich mach ja auch gut damage so ist es ja nicht na das kann man so stehen lassen ja der gegen Plank stirbt und dann sofort back ah ja der ist ja schneller der Rückruf von dem barren geholt hat nice das war gut ja das hätten wir vorhin auch schon machen müssen jetzt hat jeder was davon außer GP war mal mit zu pushen oder was? ja wir sollten jetzt erstmal verteidigen weil wir ein man weniger sind also wir sollten nicht so aggressiv spielen ich weiß nicht warum der Timo ja somit auf die top lane muss ja hier ist ein set im busch ja wo wir den schnacken können wir uns holen die minions werden jetzt auch immer verstärkt ich weiß nicht ich weiß nicht ob das war das früher auch schon so ja das war das no geil den nächsten holen wir uns auch noch haben wir den Tower back? ne haben wir noch nicht naja aber den können wir jetzt holen aber er ist gar nicht da gut ach das ist die Ulti von dem oder irgendeine Attacke? ja die Ulti die wollen mich glaube ich was heißt glaube ich ich bin der AD Carry die wollen mich weil wir noch nicht hier den den Butt Inhibitor noch und dann weg du machst ja alleine soll ich den Varus holen ok krass naja das war glaube ich ein bisschen blöd von mir sorry ich habe wenigstens noch getradet, alter wenn du jetzt noch ein Guardian Angel hättest tag jetzt ein dreifach gehen was soll ich jetzt holen dornpanzer nähe den dornpanzer ist nicht gut die haben zwar da ist uns selbst und der adc wie also war es aber war es macht ja auch viel abgeschaden deswegen ist der panzer der panzer des toten mann ist das ist der panzer des toten 425 leben und 600 rüstung der 60 60 ja das ist gut was kann man nehmen ja das war ich gut jetzt haben ja das ist halt jetzt mit jetzt gehen wir alle auf die bot lane auf die top lane das game kannst du richtig geil hoch lernen das ist ja ich hoffe ich hoffe das läuft halt wegen den fps ne ja gehen wir auf die tor alle alle top dann kommst du auch weil die anderen sind ja gepusht da haben wir super minions müssen wir super versäulen die werden das schon regeln und der gangplank lenkt die auf der bot lane gut ab der gp ist irgendwie das ist eher so der solo läufer ne ja wir haben hier noch ein timo ja da war ein schuss der war weg ja komm wir holen den jetzt ach stimmt hier sind hier noch die barren war sein ja durch den timo halt ne ja weiter pushen nicht nicht chasen warum auch immer der hinterher rennt timo ist jetzt gestürmt ja ob das nötig gewesen ist go crew schreibt ja kommen wir essen ja ich hab halt alles getan was ich konnte ne ja wenn du zu viel auf mich gehen kann ich auch nix machen ja egal wie sagt der tower noch hälfte was geht ja der gangplank muss halt einfach mit uns mitlaufen sonst wird das nix die müssen halt sowieso jetzt verteidigen weil unsere minions halt pushen das ist gut da haben wir gute arbeit geleistet ecco ecco stirbt doch noch na ok knapp das wäre halt mega lustig ja das war ganz knapp gerade aber also es läuft wir legen zwar 20 kills zurück aber die machen nix aus dem vorschwung ja genau das ist nicht das problem und die haben du musst äh du musst äh noch sehen die haben drei höllendrachen ich glaube jeder höllendrache macht plus sechs prozent ad und ap und wir haben das halt nicht ja aber der ist ja nur zeitlich begrenzt ja stimmt die drachen bleiben übers ganze spiel geh all mit oder was ich komme ja ja naja als ob alter das game ist gewonnen das war richtig geil das ist gewonnen das ist jetzt ende ich dachte schon so scheiß wir verlieren das jetzt in den teamfight oder so weil du halt nicht da warst und da hatten sie mich schon gefokust und manche nicht zu leben dann bin ich halt rausgekommen und dann bin ich halt dazugekommen und dann das ist ja geil und gp war nicht mal am start war doch klar er ist ja gestorben oh wow mit seinem entzünden alter ja alter ich würde einfach sagen das war halt eine gute leistung der chef vor allem junge easy ne ihr müsst ihr müsst ihr ein bisschen hüter holen ja aber so viel wie unlucky alter ja aber dadurch dass die in hübiton gekommen sind könnt ihr den ding jetzt nicht mehr angreifen naja mega unlucky mega unlucky jetzt aber guck mal was ich jetzt hab ich hab jetzt ne schönen Schutzengel ja naja ist jetzt eigentlich müsste es jetzt gewonnen sein ah gp was hat er denn schon wieder gemacht naja der hat den top tower geholt achso geil ja ah die minions pushen den inhibitor ich geh da jetzt einfach hin bullshit wir könnten eigentlich baron holen ja ok komm ne 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 alle da. Ja, nice. Guck dir den Damage an. Wenn wir jetzt verlieren, dann war es das. Ah, fuck. Ah, du hast ja einen Guardian Angel. Ey, komm, du holst jetzt beide weg. Nice, alter, nice. Richtig gut. Geh, geh. Jetzt brauchst du gar nichts mehr holen. Guck mal, die sind alle tot. Nein, Panzer. Ich glaube, ich hole mir einfach einen Frosthammer oder so. Oder Randiums oben hole ich mir. Ja, okay, das war es eigentlich. Ja, ich kann nur nicht den, ich kann es nur nicht finishen. Ja, aber die drei Inventoren. Weil ich nicht tanken kann. Ich bin auch wieder da. Komm, dann gehen wir zu Baron, ist egal. Ja, den holen wir uns jetzt noch und dann. Die müssen ja sowieso erst mal verteidigen. Naja, jetzt gerade ist nichts zu verteidigen, aber. Ja, die werden jetzt überwand, glaube ich. Eigentlich, ich glaube, ich mache jetzt schon so viel damage, dass ich den quasi selber machen kann. Also fast. Ja, ich bin da. Ja, Live-Stil. Hm. Boah, da hat er mich richtig gefickt. Also. Ja, aber was die nicht merken, guck mal in die Mitte. Ja, gut. Ja, Timo überrennt den jetzt locker. Ja. So schnell kommen die nicht weg. Das heißt, der Tower ist auch schon mal da und das heißt, jetzt können die gar nicht mehr aus der Base raus. Selbst wenn die Timo jetzt noch weg machen. Ja, und jetzt machen die Minions den Rest. Ja, weil guck mal überall. Guck mal auf der Top-Line, Alter. Da kommen vier. Vier Super-Vasalen. In der Milchung zwei. Und unten auch nochmal zwei. Da sind noch zwei in der Base. Junge, ich bin gespannt, was das wird. Vor allem eigentlich, ich könnte meine Schuhe noch verkaufen. Die sind gerade echt useless. Und dafür nochmal irgendwas machen, was viel Schaden macht. Hm. Warum immer Allgau sneak end? Ja, können wir einfach durchrennen. Einfach töten. Wir könnten uns auch noch hier schon den Ahn-Drachen holen. Und nochmal richtig schön Damage rausplotzen. Der macht True Damage. Ja, kommt ja nochmal den zu zweit. Ja, das sollten wir hinkriegen. Ist ja egal. Ja, nice. Wie viele Drachen gibt es denn eigentlich? Äh, es gibt vier verschiedene Drachen. Achso. Und den, und den, und den Ahn-Drachen. Ne, ne, die, äh, die Spawn-Random. Das ist, äh, zufällig in welcher rein, also wer spawnt als nächstes. Achso. Und jetzt machen wir halt True Damage, weil wir den Ahn-Drachen haben. Das ist quasi der letzte Drache. Der spawnt halt immer ab der 35. Minute. Der will wieder auf mich. Na, easy. GG. Wir hatten beendet, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab auch keine Ahnung. Ach, Timo. Timo hat's gar... I will sneak end. Der kleine Timo, alter, der scheiß Teufel. Geile Runde auf jeden Fall, Leute. Ja, war ne echt geile Runde. Kann man so nehmen und hochladen, ohne Witz. Alles klar. Dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Wir spielen League of Legends. Jo. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.